Heute sprechen wir mal wieder über ein paar Karten, die euch in Zukunft, wenn ihr die Karten nicht kennen solltet, echt ein bisschen hops nehmen können. Bedeutet, das sind Karten, die solltet ihr schon mal gesehen haben und genau wissen, wie die mit eurem Deck interagieren, damit ihr in Zukunft nicht verliert. Das bezieht sich spezifisch auf Karten nach Maleficent Maven, denn da kriegen wir ein paar neue Karten und paar Karten, die deutlich mehr gespielt werden nach diesem Set. Die erste Karte, die wir haben, ist einmal Abgeheulicher Drüiswurm. Ich weiß, der Name ist sehr, sehr furchtbar, aber diese Karte hat wie alle Abgeheulich-Monster dieselbe Fähigkeit, dass, wenn ihr ein Monster kontrolliert, dass diese Monster schnelle Effekte werden und ein Licht- oder Finzernis-Monster aus beiden Friedhöfen, wie auch immer, verbannen können, um sich selber spezialbeschwören zu können. Dieses Monster hier, der Drüiswurm, der hat die Fähigkeit, dass, wenn der auf den Friedhof gelegt wird, ein Spezialbeschworenes Monster wählen und auf den Friedhof legen kann. Das ist unglaublich mächtig. Ob das jetzt super relevant ist, wir werden es sehen, für das nächste Meta, allerdings werden wir mit dem Drüiswurm noch eine andere Karte sehen und das ist einmal der Magnamut. Der Magnamut ist genau wie der Drüiswurm, der hat die Fähigkeit, Spezialbeschwören als Schnelleffekt, wenn euer Gegner ein Monster kontrolliert oder ihr, je nachdem, wer die Karte beschwören möchte. Dann könnt ihr Licht-Finzernis-Monster banishen, die Karte spezialbeschwören. Und dann könnt ihr, den Effekt aktivieren, euch in der Endphase ein Drachen-Monster zu suchen. Das Blöde bei dieser Karte ist, die kann sich auch selber suchen. Guckt euch den Effekt an. Hier seht ihr es. Die kann sich wirklich legit selber suchen, die Karte. Das macht es etwas dumm, denn diese Karten sind basically Diddy Crows nur mit einem Buddy, die 2500 ATK haben. Das ist unglaublich mächtig und kann euch nicht nur überraschen, sondern richtig Hops nehmen, wenn ihr vielleicht kleine Monster spielt, die vielleicht nicht ganz so geil sind. Auf jeden Fall, die beiden Karten beachten, die werden definitiv auch tauchen. Die nächste Karte ist eine etwas ältere Karte, wird aber im nächsten Format deutlich relevanter. Und das ist einmal Herold des Orangenen Lichts. Diese tolle Karte hat eigentlich einen ganz simplen Effekt. Ihr könnt, wenn euer Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, diese Karte mit einem anderen Fehlmonster abwerfen und dann könnt ihr den Monster-Effekt annulieren und die Karte zerstören. Jetzt sah es ja vorher immer so, dass dieser Effekt eigentlich gar nicht so geil ist. Denn ihr nehmt zwei Karten und dem Gegner eine Karte weg. Jetzt bekommen wir aber ja die neuen Karten, dieser Eschise-Support aus Maleficent Mavens. Die haben eine Fähigkeit, wenn die von der Hand auf den Friedhof gelegt werden, dann können die Millen oder andere Sachen machen. Das macht halt diese Karte zu einem unglaublichen Staple in diesem Deck. Ihr kriegt nicht nur meistens einen Monster-Effekt annuliert, ihr kriegt meistens dann andere Effekte, die dann auch oft triggern können. Da ist das Snowball extrem schnell zu einem kompletten Endpoint vom Gegner, wo dann ein Kid-Kalus liegt. Und ein Kaleido hat, der euch was backlanchen kann. Und ein Rukalus, der euch was zum Beschwören hindert. Das kann unglaublich schnell snowballen. Ihr müsst echt aufpassen, dass ihr nicht in solche Karten reinrennt. Denn diese Karte, super simpel, aber in dem Deck, wenn ihr gegen Tier Elements Ischisu spielt, das nehmt euch richtig, richtig hops. Falls ihr mehr solchen Content von mir sehen wollt, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich die Zukunft sowas häufiger für euch mache. Die nächste Karte ist genau dafür da, um nicht gegen Ischisu zu verlieren. Und das ist eine Karte, die ist eigentlich richtig scheiße, aber sie ist funny as hell. Und das ist einmal Nekomane König. Diese tolle Karte hier hat die Fähigkeit, während des Spielzugs des Gegners, also erstmal klappt nur wegen der gegnerischen Runde, nicht während eurer Runde, was an sich ziemlich cool ist, weil ihr dann nicht selber obschnomen werden könntet. Wenn diese Karte, die dir gehört, also in deinem Besitz ist, durch einen Karteneffekt des Gegners auf den Friedhof gelegt wird, aktiviert sich der Effekt und wir treten in die Endphase ein. Und das kann extrem witzig sein. Heißt, euer Gegner ist am Zug, mildt euch 5 Karten, mildt diese Karte aus eurem Deck auf den Friedhof und dann muss er diesen Effekt aufhalten, ohne die Endphase ist da. Das ist halt so witzlos, dass das funktioniert. Ich muss nochmal ganz kurz klarstellen, was Besitz heißt. Also diese Karte sagt dir hier, dass sie in eurem Besitz sein muss, wenn ihr auf den Friedhof geht. Besitz bedeutet, auf dem Feld, in der Hand und im Deck. Das sind Karten in eurem Besitz. Die triggert also auch, wenn die vom Deck auf den Friedhof geht. Das ist wichtig zu wissen, weil sonst würde die Karte im nächsten Meter nicht funktionieren. Diese Karte hat glücklicherweise ein Reapen bekommen im OTS 20, ist also nicht mehr so teuer, denn die war vorher als Kammern 7 bis 10 Euro, was dumm ist. Besorgt euch die Karte, wenn ihr Angst vor Ischizo habt im nächsten Format, denn die kann euch auf jeden Fall den Hintern retten, um es mal nett auszudrücken. Die nächste Karte, die ihr sehr viel antreffen werdet, im nächsten Format, haben wir dieses Format auch schon sehr, sehr viel gesehen. Aber im nächsten Format wird es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser, wenn ihr selber ein Deck spielt, was sehr viel mit dem Friedhof spielt. Müsst ihr im nächsten Format aufpassen, erstmal das ist das Shizu Deck. Nehmt euch generell Hops, weil ihr Karten haben, die vom Friedhof Sachen ins Deck zurückmischen können. Aber es gibt diese leute Karte hier und das einmal da Menschen Shifter. Diese Karte habt ihr alle schon mal gesehen. Wenn ihr keine Karten in eurem Friedhof habt, dann könnt ihr diese Karte abwerfen und für diesen Spielzug und für den nächsten Spielzug werden alle Karten verbannt. Das ist ein Effekt, der ist nicht nur richtig krass, der ist super nervig für ziemlich alle Strategien, aber es ist wahrscheinlich eins der einzige Mittel, was euch gegen Ishii so wirklich extrem hilft, neben dem Nekomane König. Passt auf, dass euch diese Karte nicht komplett Hops nimmt, denn es gibt so viele Strategien, die Karten in Friedhof brauchen, um Ressourcen wieder aufzubauen, dass diese Karte extrem nervig sein kann. Gerade wenn ihr extrem high competitive spielen wollt und ihr auf ein Event geht und dann von solchen Karten einfach komplett geshatternd werdet, was sehr, sehr schade wäre. Gute Karte beachten, super nervig, nächste Karte. Mit der nächsten Karte haben wir eine neue Karte aus Maleficent Maven. Und ich wollte diese Karte mal ganz kurz highlighten, weil es ein Floodgate ist, nicht outbar ist. Ihr müsst wissen, wie diese Karte funktioniert, damit ihr das gegebenenfalls stoppen könnt, bevor es passiert. Weil wenn es passiert, Aua. Diese Karte heißt Geist trifft Mädchen. Eine meisterhafte Mayakashi Shiranui Sage. Die hat die Fähigkeit, dass die ein Monster tributieren kann, nämlich Mayakashi oder Shiranui Sunko Monster oder Link Monster. Dann kann kein Spieler für den Rest des Spielzuges Monster als Spezialbeschwörung beschwören, von der Hand, vom Deck oder vom Extra Deck. Fun Fact, die nimmt nicht den Friedhof. Das heißt, im Friedhof die Karten können wir Spezialbeschwören, was für die Mayakashi Strategie auf jeden Fall sinnvoll ist. Denn ansonsten machen die halt nicht viel, außer aus dem Friedhof Spezial zu beschwören. Ihr müsst also diese Synko und Link Monster irgendwie vorher vom Feld bekommen, bevor die in der Main oder Senpai Phase diese Karte triggern können. Das ist sehr schwierig, weil die können die zu jedem Zeitpunkt aktivieren. Und diese Karte kann auch sich banischen und was vom Banish-Pile wieder auf den Friedhof zurücklegen. Das ist aber gar nicht so wichtig. Diese Karte ist ein ultimatives Slutgate, weil die nicht durch Spezialtraffing-Mobile aufgehalten werden kann, weil es eine normale Fallenkarte ist, die einen Lingering-Effekt auslöst. Das heißt, der gilt für den ganzen Spielzug, denkt einfach mal so an Dweller zum Beispiel, das ist genau so eine Karte, nehmt euch richtig Hops. Das heißt, wenn ihr gegen Mayakashi-Deck spielt, müsst ihr gucken, dass ihr entweder den Search für diese Karte aufhaltet, denn die haben die Möglichkeit, die Karte auch zu bekommen. Oder ihr irgendwie es schafft, bevor ihr die Karte aktivieren könnt, die Monster vom Feld zu klären, damit die halt nichts zum tributieren haben. Ja, das war's mit Karten, die euch in Zukunft Hops nehmen können. Denn, wenn ihr mehr Karten sehen wollt, die euch in Zukunft Hops nehmen könnten, guckt euch mal dieses Video an, da hab ich nämlich nochmal 5 bis 6 andere Karten vorgestellt, die auch was ähnliches machen. Bis zum nächsten Video da rein, ciao, Leute.